Also auf jeden Fall sehr interessant, weil man wirklich fast alle Bereiche hat. Und es ist nicht so wie in einem kleinen Unternehmen, dass man da nur irgendwie zwei Abteilungen hat, sondern man kann hier wirklich in jeden Bereich mal reinschnuppern. Positiv ist auf jeden Fall, dass hier auch jede Altersklasse vertreten ist. Und trotz, dass wir nicht das kleinste Unternehmen und nicht der kleinste Standort sind, kennt man jeden und ist trotzdem auch sehr familiär. Ja, kann ich einfach nur jedem empfehlen, hier bei der Holzmestament eine Ausbildung zu machen. Ja, kann ich einfach nur jedem empfehlen.